Sag mal, ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Ja, mache ich aber am Ende vom Video. Davor hören wir eure Audios an. Ich bin Bruno, der Kameramann. Da fehlt mir so ein bisschen die richtige Aussprache und die Emotionen. Ich bin Bruno und der Kameramann. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das erinnert mich an Benjamin Blümchen. Töööö. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Oh ja. Und ich bin raus. Schau mir deine normalen Videos an. Jetzt bin ich dran. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann.